Wir genießen diese Zeit wirklich. Gestern haben wir einen Spaziergang durch die Stadt gemacht und morgen haben wir frei und können uns selbst etwas anschauen. Wir genießen diese Tour durch die USA. Hoffentlich kommen wir im kommenden Jahr noch einmal her. Uns fehlen noch immer einige Spieler, aber wir haben bisher gute Leistungen gezeigt. Die erste Hälfte gegen Inter war wirklich gut. Nach dem 4 zu 0 haben wir dann einen Gang zurückgeschaltet. Wir kommen immer besser in Form, auch wenn die anderen Spieler noch im Urlaub sind.